Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 5. Juni 2023. Heute hörst du die Geek Talk Daily 1354 mit den folgenden Themen. Leider, WWDC, Roger Federer, LG, Huawei, Motorola und Brave. Ich starte gleich der Reihe nach und vielleicht heute nicht das letzte Mal, denn dazu komme ich nachher noch kurz. Genau, der LiDAR ist eine Technologie, die unter anderem im iPhone und in iPads verbaut ist. Was hat Apple da reingemacht? Das ist ein, ja, ich will jetzt nicht in die Technik eintauchen. Es ist ein Sensor, der dir hilft, gewisse Dinge zu erkennen, Tiefenerkennung vor allem, und das geht es. Und hiermit geht es nicht darum, um irgendwas neuen fancy Fotofilter zu zeigen, sondern es geht um Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Und oder, ich muss es anders formulieren, eigentlich wollte ich einen Blogpost dazu schreiben, denn ich glaube, das ist der Bereich, wo das Ganze mit AR und VR unter anderem hingehen könnte. Vor allem AR. Ich möchte nicht über dieses VR sprechen, um das, was es wahrscheinlich, Gerüchte, Achtung, heute Abend gehen könnte an der WWDC. Ich glaube, den Bereich AR wird, oder den finde ich viel, viel spannender für mich. Ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe das Gefühl, dass da sehr vielen Menschen damit geholfen werden kann. Nicht jeder möchte einfach so eine Brille aufsetzen, um gewisse Dinge sich anzeigen zu lassen und oder sich unterstützen zu lassen. Aber es gibt Menschen, die haben Beeinträchtigungen. Die sehen nicht so gut, die hören nicht so gut, die haben andere Beeinträchtigungen und für die könnte sowas etwas sein. Eine Unterstützung. Und hier in diesem Video zeigt Apple, was man eben mit diesem LiDAR-Sensor machen kann. Es zeigt nämlich Personen an, also Personenerkennung. Es ist eine Türerkennung mit dabei und eine Bildbeschreibung. Also es sagt dir, was es aktuell zu sehen gibt oder eben wo, in welchem Abstand und vor allem in welcher Richtung sich die nächste Türe befindet oder eben eine Person auf dich zukommt. Und das finde ich ganz spannend. Auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du dazu ein kleines Video drin. Ein Video verlinkt ist auch da, wo du heute Abend die Apple Keynote schauen kannst. Auf YouTube nämlich. Oder wenn du ein Apple Device besitzt, auf dem Apple TV, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac. In der Apple TV App geht das natürlich auch ganz einfach und vor allem noch viel bequemer. Ich werde es mir anschauen und dann, wenn es etwas Berichtenswertes darüber gibt, haha, das wird es garantiert geben, heute Abend mit dem Mike zusammen hier in der Daily eine kleine Sonderfolge veranstalten. Aber das hört ihr dann, wenn es soweit ist. Auch hören könnt ihr unter anderem Roger Federer, der euch über Waze durch den Verkehr navigiert. Waze ist eine Google-Firma. Also ja, Google hat ein bisschen Geld genommen und da reingeschmissen, sich das gekauft. Die alternative Karten-App von eben Google, da lässt sie es nicht nur mit Roger Federer, sondern auch mit Arnold Schwarzenegger, mit Morgan Freeman, Shaquille O'Neill oder Christina Aguilera navigieren. Die Personen sagen euch dann, wo es weitergeht. Das Spannende an Roger Federer ist, er macht das nicht nur auf Hochdeutsch, also Schweizerischem Hochdeutsch logischerweise, ihr kennt das irgendwoher, auf Französisch, sondern auch noch auf Englisch. Also hier habt ihr eine gewisse Wahl. LG Standby Me Go. Das ist ein Gerät, was wie immer wieder mal von LG kommt und keiner weiss, warum das jetzt kommt und hat jemand nachgefragt und sowieso. Was ist das? Das ist ein grosser Koffer, der ein 27 Zoll diagonale Touchscreen-Monitor drin hat, der sich aufstellen lässt und oder ja auch im 90 Grad Winkel neigen lässt. Ein sehr spezielles Teil hat einen integrierten Speaker, soll sturzfest sein und schöner wäre natürlich neben robust und der Möglichkeit, dass die Temperaturen hoch sein können, ohne das Teil abstürzt, wenn es auch noch wasserdicht oder zumindest sprisswassergeschützt ist. Weil ich könnte mir jetzt gut vorstellen, sowas am Pool zu nutzen, wenn überhaupt. Weil, wie gesagt, es ist ein riesen Display mit grossen Anzeigen. Als Betriebssystem läuft WebOS, das was LG auf seinen ganzen Fernseher hat. Man kann via Airplay zwei Dinge drauf beamen und am Display ist auch ein HDMI-Port dran. Das heisst, man könnte zum Beispiel eine Switch oder eine andere Game-Konsole oder sowas anhängen, ein Media Center und dann davon Inhalte abspielen. Das Ganze kostet etwas um die 800 Währungseinheiten. Zumindest im Heimatland kommt es ab Juli dieses Jahres auf den Markt. Ich bin da mal sehr gespannt, was das bringen wird. Huawei hat ein neues Matebook vorgestellt. Ein Matebook X Pro, das ist die grosse Variante ihrer Computer und von denen bin ich ein grosser Fan. Ich habe das 19er und das 21er Modell oder das 22er, ich bin nicht mehr ganz sicher. Das 22er und die Dinger sind wirklich extrem tolle Windows-Maschinen. Wenn man Windows nutzen möchte, hat man hier richtig was Tolles in den Händen. Man kann es relativ nah an Apple-Geräte setzen und die, wisst ihr ja, haben eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität. Sehr spannend daran ist, dass es neben Touch-Bedienung halt eben auch ultra dünn ist. Es hat vier USB-C-Ports, zwei davon sind Thunderbolt. Dürfen aber nicht so genannt werden, weil ihr wisst ja schon, Trump, der da, ja, schwierig, schwierig. Und zu guter Letzt habe ich noch, ach ja, die Dinger kommen nächstens auf den Markt und kosten ein bisschen Geld, aber das sind sie meiner Meinung nach auch vollends wert. Der Brave-Browser, den ich aktuell jetzt hier am Mac Mini, wo ich daran arbeite oder auch am iPhone etc. nutze, auf dem iPad und auf meinen Android-Devices, der, ja, mein Browser der Wahl bekommt eine neue Unterstützung von Tabs. Die werden nicht mehr oben, wie bei fast jedem Browser, in der URL angezeigt. Nee, die kommen jetzt neu auf die linke Seite. Das ist etwas, woran ich mich sehr gewöhnen müsste, wenn ich es dann wirklich nutzen wollte. Ich hoffe, ich kann dem widerstehen, denn, ja, ich komme schon mit Operas Leiste auf der Seite nicht wirklich zurecht. Aber wir werden es sehen. Vielleicht muss ich dem Ganzen halt einfach mal eine kleine Chance geben, irgendwie. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag. Und, ja, wer die WWDC nicht verfolgt, wie gesagt, wir haben eine Sonderfolge dann heute Abend ziemlich sicher für euch bereit. Ansonsten werden wir Ende der Woche dann im grossen Geek Talk natürlich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Das war's. Bis dann. Hab einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.